Moin, hier ist Heini, schön, dass du mein Kanal bist, ich möchte euch heute was ganz besonderes vorstellen, haha, sag ich immer, ne, ne, aber diesmal ist das wirklich, äh, das ist ein Faserlaser und ein Diodenlaser in 1 und das ist von XTool DF1 und, äh, das ist schon was ganz besonderes auch und da kannst du, wie gesagt, da brauchst du den Laserkopf nicht wechseln, da kannst du den Holzen gravieren, da kannst du Holz mit schneiden, du kannst aber auch Edelstahl damit gravieren, Gold gravieren, Aluminium gravieren und all sowas, ne, und, äh, das will ich jetzt auch nicht vorstellen, ich euch jetzt mal vorstellen, ich hab das einfach nur ausgepackt, da ist ein riesen, ähm, Schiebeschnitten, also so ein Sliding-Table dabei, dass ihr eine größere Fläche gravieren könnt, aber da testen wir alles gleich, wie gesagt, ich hab das ausgepackt, ich hab noch gar nicht angeschlossen, ich wollte euch nur im F-Hallo sagen und dann geht das los, so, wie gesagt, dieser, dieser blauen Lichtlaser, das ist der Diodenlaser, ich lese das ab, weil man den Gehirnsick ganz einfach schnell durch, ne, der hat 455 Newtonmeter, ne, und dieser Infrarotlaser, der 1064 Newton, na, äh, Nanometer, Entschuldigung, dieser eine Lesekopf, der hat, äh, wie gesagt, 455 Nanometer, dann ist ein Blaulichtlaser, unter anderem 1064 Nanometer, und das ist der Infrarotlaser, wo du dann, wie gesagt, Edelstahl und sowas alles mit gravieren kannst, ich hab das ausgepackt, ich werd das jetzt mal anschließen und bin gleich wieder vor euch da, ja. Du hast natürlich hier auch schöne kleine Kartons, wo was Schönes drin ist, und zwar, kann ich mal auspacken, du hast hier schon einen ganzen Set zum Testen, von Holz, von Edelstahl, von Keulstoff, Leder, du hast da alles drin, wo du am Anfang eben mit testen kannst, ne, das kannst du natürlich auch optional bei dir im Shop dazukaufen, wenn dir was gefällt, kannst du immer extra dazukaufen, ne, aber das werden wir gleich eben alles schön einmal davon backnehmen und testen. Hier hast du ungefähr so, wie eine kleine Wabenplatte, musst du dir vorstellen, ne, wenn du den Style haben willst, sondern einfach hier was schneiden willst, dass du hier eine kleine Fläche hast, was du da reinpacken kannst, ne, ist auch anti-rutsch, das rutscht nicht, das packst du drauf und dann rutscht also so gut wie gar nicht, das ist eben dieses anti-rutschkleber. Ganz wichtig, sag ich immer wieder, die Brille. Du hast hier zwar dein Schiebetür sozusagen, deine Klappe, Schiebetür, kannst du hoch und runter schieben, was schon grün ist, ne, aber trotzdem, wenn du mal mit Rotary und sowas arbeiten musst, kannst du natürlich nicht das nutzen, darum musst du immer die Brille nehmen, mach es nicht ohne. So, hier ist noch ein Karton, ich weiß gar nicht mehr, was drin war. Ach ja, genau, Abluftschlauch, um, Entschuldigung, Abluftschlauch und USB-Stick. Der Abluftschlauch kommt hier hinten dran, ich habe jetzt keine Absaugung, man kann für ungefähr plus minus 500 Euro, war das glaube ich, eine Absaugung dazu kaufen, den kannst du hinten dran machen. Absaugung hinten dran, dann kannst du das im Wohnzimmer nutzen, weil der ganzen Abgase, alles von diesen Luftfiltern, ähm, ähm, sag schon, gereinigt wird. So, das ist aber auch schon dabei, aber wie gesagt, den habe ich leider nicht. Man kann nicht alles haben beim Leben, ne. So, hier ist die USB-Stick, oder ein W-Noch, ich habe keine Ahnung, wofür der soll. Packe ich das mal wieder rein, werden wir gleich mal nachlesen. Hier haben wir noch einen Karton, mit viel Zubehör, USB, das ist die Schutzkappe, die ist unterm Laser, die habe ich schon weggesommen, sonst vergesse ich das wieder. Die kommt einfach hier drunter, wird drunter geklemmt und fertig. Ich mache die aber weg als erstes, weil ich vergesse das sonst und dann hänge ich da wie PicSimon, weil ich weiß nicht, wofür ich nie lesern kann, ne. Und hier hast du eben die ganzen, ähm, Zubehörteile drin, ne. Wenn du jetzt, äh, Serienproduktion machst, ne, kannst du natürlich das hier draufschrauben, da kommen wir auch gleich drauf, aber hier hast du auch A-Dropi. So, USB kann draußen bleiben, das auch. Und das andere packen wir erstmal irgendwie da rein. Das nutzen wir gleich. Ich zeige euch das Gerät mal eben selbst. Jetzt, hier habt ihr ja diese Schiebetür, Slider-Torb, das, ne, das kannst du einfach hochschieben, dann bleibt da oben, ne. Wenn du fertig bist oder wieder lesern willst, kannst du ihn einfach runter machen und du hast hier dann automatisch, dann verglüßt du deine Augen nicht, verstrahlt deine Augen nicht. Ich komme wieder nicht auf den Wort, wenn du die ganze Leser, diese Streuung, ne. Aber mach das immer mit oder mit Brille, ist wichtig. Das ist ein Metallgriff, das ist kein Kunststoff, auch hier oben ist alles, sagst du schon Metall. Das ist aus Kunststoff, ist klar, aber sonst sehr hochwertig ohne Ende. Hier hast du dein Notaus, auch hier ist das natürlich wichtig, wenn was passiert, zack, eben schnell drücken, geht die ganze Suppe aus. Hier hinten hast du, wie gesagt, deine Abluft, dann hast du hier unten, hier hast du ein Stick, das, denke ich mal, ist der WLAN Stick. Hier hast du USB-C zweimal, hier hast du deinen Netzstecker und hier hast du deinen An- und Aus, das war mal ein Bleistift. Und hier hast du eben dein USB-Kabel und dein USB-C-Kabel, also hier hast du auch noch zwei Anschlüsse, ne. Eben, wie gesagt, für den Styling-Täbel oder für den Abluft, was du alles haben musst. Abluft nicht, aber für deinen Rotator und so weiter und so fort. Hier hast du ein Drehchen, damit kannst du justieren, hoch und runter, drehst du nach links, drehst du nach rechts. Auch das ist aus Metall, ist kein Kunststoff. Also, ganz kurz mal eben, und zwar habe ich, oh, mein Handy kann ich wegpacken, ne. Ich habe das mal installiert, ich habe mal ganz kurz mal so eine Testgrabur gemacht. Und ich muss jetzt schon sagen, vom Software her und so, ne, hammer einfach, hammer einfach. Wie gesagt, man kann das auch mit Lightburn nutzen, die haben aber auch hier ein Software dabei und ist das ein X-Tool Creative Space. Und da kannst du im Software schon umstellen. Also das muss ich sagen, finde ich gegenüber Laserpeaker, habe ich auch schon mal vorgestellt, auf jeden Fall geiler. Weil, ähm, du musst das ja am Software umstellen beim Laserpeaker und oben musst du mir den Herz wünschen, ne. Und hier hast du das nur einmal und fertig, hier brauchst du dich da nicht drum kümmern, ne. Ähm, ich kann das mal zeigen. So, hier seht ihr ja diesen Punkt, einen roten und einen blauen. Ihr müsst das so lange, dass er direkt auf dem blauen ist. Seht ihr, so fährt der Tisch komplett runter, hier fährt er komplett hoch. So, jetzt ist er genau auf dem blauen. So lasse ich den. Und jetzt suche ich mal was aus. Im Software, ich hoffe, ihr habt das ein bisschen, habt ihr ja so eine Datei, was ihr so machen könnt. Hier hast du denn zum Beispiel, hier ist er verbunden, aber das zeige ich euch alles gleich nochmal separat am PC. Wir wollen keine Linien, wir wollen Flächen. So siehst du auch, dass er gefüllt ist. Gehst du auf Linien, hast du Linien, gehst du auf Flächen oder Schneiden. Super einfach gelöst, da bin ich jetzt mal richtig überrascht. Und das meinte ich, hier kannst du aussuchen, ob du Blaulicht haben willst, also ganz normal Holz gravieren möchtest. Oder IR für Infrarot, wenn du Metalle oder sowas haben willst. So, Leistung. Da müsst ihr mal durchgucken. Jetzt gehen wir mal auf Leistung von, keine Ahnung, 30%. Mal gucken, was er macht. Fachgeschwindigkeit machen wir mal eben 1000, Durchgänge 1, Linien, das kenne ich noch nicht, Linien per Millimeter, per Zentimeter, Bild Diagonal. So, jetzt kannst du hier einen Rahmen fahren. Hier hast du jetzt einen Rahmen. Diesen blauen Rahmen erkennst du. Jetzt kann ich aber auch das Ding so hinschieben. Seht ihr das? Ich kann es auch ein bisschen größer machen. Rahmen stoppen. Neun Rahmen. Dann seht ihr auch, dass ein anderer Rahmen größer ist. Den schieben wir genau eine Ecke. Das ist richtig toll. Dann werden wir den mal in den Grunde machen. Seht ihr hier. Habe ich runter gemacht. Jetzt gehe ich einfach mal auf Lasern. Dann drücke ich Rahmen stoppen. Bearbeiten. So. Und dann hast du hier oben. Ich muss das so machen, dass ihr auch alles vernünftig seht. So. Hier oben hast du jetzt ein Startzeichen. Jetzt siehst du Elefantchen. Jetzt hast du hier oben ein Startzeichen. Dann drückst du drauf. Jetzt piept der. Lass dir das Gerät nicht unaufsichtigen. Nee, 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 ist klar. Das sage ich immer wieder. Es ist immer gefährlich. Nie alleine lassen. Nicht, dass er noch irgendwie abhaut oder so. Drücken Sie die Taste. Und dann drückst du hier an der Seite. Diesen großen Taste einmal. Diesen Drehtaste. Der ist auch zu bestätigen da. Hiermit bestätigst du das. Und jetzt geht das los. Wie gesagt, ich kenne die Parameter noch nicht so. Und jetzt muss ich mal gucken, ob er das macht. Oder ob ich Infrarot doch drücken muss. Leder, Leder, Leder. Ich glaube Infrarot muss ich drücken, ne? Jetzt seht ihr auch schön, dass er bei einem Arbeiten ist, dass dieser hier blinkt. X-Tool. Sag ich, geh mal hoch. Nee, das hat gar nichts gemacht. Dann wäre zu wenig oder ich geh mal auf. Ich geh auf fertig, okay. Und ich geh mal eben auf zurück. So, rückgängig. Nee, du sollst so bleiben, Kollege. Die Größe will ich ja super halten. Eigenes Material. Ach, hier kannst du Material. Leder, Entschuldigung. Habe ich nicht gesehen. Leder kannst du hier auswählen. Hier will man auf bearbeiten nochmal. Mal gucken, ob er das jetzt automatisch macht. Jetzt habe ich Leder ausgewählt. Hatte ich leider... Oh ja, jetzt gibt er aber Gas. Dann sind die Programme schon alle die ganzen Parameter vorgestellt. Ich sehe schon durch ein Fenster, seht ihr glaube ich auch schon, dass er da Leder graviert. Toll. Mega, das ist fertig. Und äh... Geil, oder? Hundertprozentig, du. Ach, das sieht ja toll aus. So kannst du dann, wie gesagt, genau positionieren. Du brauchst auch nicht mal eine Kamera. Bei der Rahmen komplett alles anzeigt, wo du hin musst. So, dann haben wir da noch schönes hier. Das war der Leder. Ja, wir machen mal jetzt eben so ein Stück Holz. Den packen wir mal in rein. Der ist natürlich dicker. Jetzt fahren wir da mal runter, dass die beiden Punkte wieder übereinander sind. Zack. So, den packen wir mal eben da genau hin. Dann gehen wir mal auf OK. Ich suche mal was Schönes raus. Ausgabe, so, schneiden wollen wir nicht. Einstellung, Hinweis, was ist das? Manuelle Einstellung wollen wir nicht. Blaulicht, weil wir ja eben, ne? Holz gravieren. Darum Blaulicht. Geschwindigkeit, Leistung, 100%. Oh, ich glaube, das ist zu viel, ne? Geschwindigkeit 700. Wir werden das sehen. Durchgänge 200, Bild, Redaktional. Wir machen mal einen Rahmen, fahren. Ein bisschen größer, Kornende. So, Rahmen stoppen. Rahmen nochmal fahren. Dann kommt er hier drauf. So. Ich glaube, ein Stückchen größer kann er noch, die Kollegin. Rahmen fahren. Genau. Kannst du nur positionieren. Dann machen wir den hin. So, Artikel, Leder, nein. Nein, wir wollen Holz. Holz machen wir. Rahmen stoppen. Wir arbeiten. Das Ding kommt jetzt runter. Start. Und jetzt müssen wir hier oben wieder drücken. Und jetzt knallt das los. Und macht er schon was? Ja, aber sowas von. So. So, hat gepiept. Jetzt fertig. Wir schieben das Ding einfach wieder hoch. Und gucken uns das an. Einfach nur geil. Und mit was für eine Leichtigkeit. Ohne irgendwelche Probleme beim Software. Dass man nicht weiß, was man anklicken muss. Was nehme ich denn jetzt mal? Ohne Hundeknochen für Leo und Lotta. Jo. Ein Hundeknochen für meine Babys. Leo und Lotta. Das graviere ich da jetzt mal drauf. Das lege ich da einfach ganz normal wieder rein. Fahr den runter, dass der Punkt da wieder ist. So, ne? Und jetzt gehen wir mal auf OK und schreiben wir mal eben Leo. Text. Dann hast du oben deinen Text. Da schreibst du dann Leo. So, erstmal gucken, wie klein machen wir gleich. Erstmal die Schrift will ich ändern. Dann hast du hier die Schriftart. Boah, dem gefällt mir nicht. Das ist toll. Das ist für meinen kleinen Kacksack. So, das ist Leo. Dann machen wir erstmal einen Rahmen, weil ich jetzt ungefähr nicht gemessen, wie groß er ist. Der ist da oben. Machen wir minimal kleiner. Obwohl, wenn ich jetzt angucke, dann gefällt mir die Schrift komplett gar nicht. Ah, dann lassen wir das so. Bevor ich jetzt wieder zurückgehebe, da schreiben wir jetzt mal Leo drauf. Rahmen stoppen. Wir gehen jetzt mal wieder runter. Ist der Kamera ist an, ja, ne? So. Und dann gehen wir hier nicht auf Basewood, sondern wir gehen hier auf... Was haben wir denn hier? Und starten. Und drücken. So, jetzt macht er auch... Das andere hat er gerade nur Kontur gemacht. Und jetzt macht er die Fläche. Und jetzt macht er die Fläche. Zack, fertig. Ofen auf. Guck, wenn das sieht doch so toll aus, ne? Guck. Leo. Einfach top. Andere Seite mache ich Lotta nochmal. Meine Maus. Arbeiten. Und schieß los. Start. Hier oben bestätigst du nochmal. Bäm. So. Lotta Maus ist auch fertig. Und auch hier siehst du, wie genial er das gemacht hat, ne? Wahnsinn. Wahnsinn. Super toll. Und Schiefer. Leser. Ich will mal ein Leo und Lotta... Ähm... Sag schon. Jetzt hat er sich verbunden. Die liegt dauernd ein paar Sekunde. Ich mach mal eben hier. Das ist so praktisch hier. Muss ich sagen. Ist toll. Gefällt mir richtig gut. Ja, du hast gepiepst. Du hast auch ein Recht zum Piepsen. So. Ich bin mal gespannt. Hier hat er ein Bitmap. Das ist schon mal cool. Jetzt muss ich mal gucken. Ich möchte ganz normal ein Bild, ne? Raster. Skizze. Wir machen mal... Wir machen mal ein Bild mal gucken. Ich hoffe, ich versau das nicht. Invertieren. Umkehren. Ist natürlich klar. Seht ihr hier, ne? So. Und dann müsst ihr natürlich... Hier könnt ihr dann immer noch... Heller, dunkler, ne? So. Schärfe. So. Ist halt scharb genug. So lassen wir das. Wie gesagt. Bilder müssen normalerweise immer inventiert werden. Ich hoffe, ich hab das jetzt auch richtig gemerkt. Gravieren. Infrarot. Muss ich infrarot? Erstmal werden wir das mal eben rahmen. festlegen. Fals. Torgrot. Wir müssen mal eben kleiner machen. Rahmen festlegen. So hau dann hin. Hau ich das mal hier so hin. Das ist so schön. Da kannst du das richtig schön ausrichten, ne? So. Ist nicht mittig. Ungefähr. Mach ich schon mal runter. So. Material. Stone. Mal mal Stone Coaster. So. Rahmen stoppen. Stone Coaster habe ich. Jetzt bin ich mal gespannt, was der Kollege macht. Ich habe jetzt nichts Großes gemacht. Ich klicke da nochmal drauf. Muss ich nochmal Punktdauer. Leistung. 90%. Ich glaube, das ist zu viel, ne? Der Brett mit da ja alles weg. Ich glaube, das muss ich selbst einstellen. DPI. Machen wir mal 333. Naja. So. Durchgänge 1. Jawes. Machen wir mal Jawes. Lassen wir das mal so. Wie gesagt, ich habe das keine Erfahrungswerte. Wir werden jetzt mal gucken. Leistung mache ich mal 38%. Hier wieder drücken. Ja, jetzt sieht man auch den Punkt. Jetzt sehe ich auch ein Bild, da das schon losgeht. Da oben ist das Öhrchen und so. Wie gesagt, ihr müsst immer mal gucken. Immer rausfinden, wie das funktioniert mit die Parameter und so alles. Das haut nicht immer hundertprozentig hin. Aber wie gesagt, online gibt es eine Liste. Ich habe auch gar nicht im Buch geguckt, ob es eine Liste gibt. Das ist mein Bleistift. Oho. Bist du bescheid. So, mal gucken. Ja, den lasse ich erst mal so, bevor ich das noch... Ach nee, das sind ja hundert. Sehr, sehr toll aus. Ohne, dass ich das groß bearbeitet habe. Seht ihr das? Ach Gott, ist das toll, meine kleine Lieblinge. Ist das niedlich. Habe ich gar nicht groß bearbeitet. Ich habe das Bild geladen. Habt ihr gesehen? Ich habe das inventiert. Zack, fertig. Ach Gott, ist das niedlich. Ist das süß. Und also bis jetzt alles, was dabei gewesen ist, muss ich sagen, ich bin so ein bisschen feuchtig. Es ist wie mit was für einer Leichtigkeit man dieses Programm bedienen kann. Das habe ich noch bei keinem anderen Laser groß gehabt, muss ich sagen. Klar, wer Lightburn kennt, ist mit Lightburn-Fetisches, ist klar. Aber dieses Programm hier ist viel einfacher wie der von Laserpeaker. Bei Laserpeaker, da hast du hier und da immer Probleme gehabt. Ich glaube, die meisten wissen, wovon ich rede. Das hast du hier nicht. Das ist Hammer. Bis jetzt, was er gemacht hat, ich kann das mal ganz kurz mal zeigen, den Teddybär, meine kleinen süßen Babys, Lotte an Leo, auf Edelstahl graviert. Dann habe ich das Stück Holz hier graviert. Ganz, ganz einfach und toll. Dann habe ich ja meine Schieferplatte gerade gemacht. Hundertprozentig. So, und jetzt, wie gesagt, ich habe ja noch viel mehr Material hier. Aber ich will jetzt als erstes mal den Slider-Table testen. Achso. Hier seht ihr eine Linie, das sind Einkerbungen. Und da müsstet ihr einfach anschieben. Und dann ist das die Position, das, was ich sagte, wo ihr das denn festschrauben könnt. Da ist auch gar kein Loch. Oh doch. Da ist doch mal ein Ding drin. Schon ist er fest. Ist er mega. Wie gesagt, hier ist die Auskerbung. Wo ist sie denn? Ich bin bescheuert. Da. Die Auskerbung. Dann wird die einfach festgeschraubt. Fertig. Und jetzt ist sie drauf. Das war das ganze Herzenwerk. Cool. Dann seht ihr hier, welche Position musst du am besten finden, ne? Und dann steht das hier drinnen, diese Auskerbung. Aber da guckt ihr am besten im Handbuch nach. Und das war's. Das verbinde ich jetzt einfach mit einem USB-Kabel. Hier hinten hast du USB-C. Wo ist die Kulie? Einmal. Zwei Mal. So, verbunden ist er. Ich mache den nochmal an und aus. Einfach nur so. Da bin ich mal gespannt. Lottern, die und müssen mal eben raus. So. Jetzt haben wir ja hier. So. Jetzt sind wir ja hier. Sliding Table ist aktiviert. Und jetzt gehen wir mal auf Laser. Jetzt haben wir hier offene Bodenplatte. Lasererweiterung. Rotary. Oh. Ich denke mal, das ist Lasererweiterung, ne? Das ist, die Übersetzung ist leider immer nicht so toll. Eine Lasererweiterung. Dann hast du hier seinen Tisch. Das bin ich mal gespannt. Wenn ich jetzt zum Beispiel, wir machen einfach nur, ja okay, hello, ist ja scheinbar. Dann hast du auch gleich, schiebst du das mal rein. Wir machen einfach hello. Eine, wir machen mal willkommen. Wir machen willkommen, machen wir gleich ein vernünftiges Schild. So. So, ein bisschen kleiner, ne? Das soll ja drauf passen. Ich habe da jetzt wie ein Stück Brenn draufgepackt, auf diesen Slider, ne? Wie gesagt, das Riesenteil, du hast eine Arbeitsfläche, ich glaube von 45 Zentimeter war das. 45 mal 10, ist das nicht so breit, aber 45 mal 10. Für Schilder und ah, so ein Gedöns, ne? Ist das perfekt. Ich packe das einfach mal drauf, ich richte es ungefähr so aus, ne? So. Ey. Ich lege das mal drauf. Ich habe so einen Willkommendienstbums da gemacht, ne? Seht ihr hier? Okay, die Schrift können wir noch ein bisschen schöner machen, sehe ich gerade, ne? Schrift, gefällt mir gar nicht. Ist ja nur zum Testen. So. Dann haben wir hier oben, da zeige ich euch ein Programm gleich, ne? Da könnt ihr auswählen, Leseerweiterung. Das haben wir ja gerade gehabt. Dann habe ich auch Basebook 3. Dicke. Da gebe ich jetzt nicht ein, weil wir ja nicht schneiden wollen, ne? Wir wollen ja ganz normal gravieren. Fläche. So. Und dann machen wir mal Leistung, ein bisschen mehr. Geschwindigkeit, so. Und dann gehen wir mal auf, äh... Jetzt mal anstellen, ist wichtig. Wie gesagt, du hast das schöne Brett hier. Jetzt gehst du mal auf Rahmen. Und jetzt hat der Kontakt, dauert ein paar Sekunden. Justiert habe ich auch schon, Mitte Punkte. Wichtig ist, und da will ich ein gutes Beispiel vorangehen, die Brille. Weil jetzt ist das Teil oben. Und jetzt siehst du den Laserstreif. Und glaubt mir, das ist mega gefährlich. Nehmt euer Glubschie, die Brille ist dabei. Sieht auch noch cool. Hatte den, den wollte ich. Oh, mein Blechstift, mein Blechstift. So, und dann kannst du wenigstens Treffi verschiechen. Rahmen. Drehen Sie den Knopf, um das Bearbeitungsfeld zu bewegen. Sie können den Dreher das Knopf stoppen, um das Bindierungsfeld anzuhalten. Beobachten, wo das Weserweg auf das Material fällt und die Position des Materials anpassen. Achso, okay. Du hast ja hier dein Ding und damit kannst du das justieren, wie du es möchtest. Das lassen wir aber so, wie es ist. Das hatte ich schon voreingestellt zum Testen. Okay. So, dann gehen wir jetzt auf Rahmen und soll. Dann gehen wir auf mal bearbeiten. Und dann gehen wir auf Start. Und hier drücken wir natürlich jetzt wieder Power. Und jetzt geht das los. Ihr seht, dass er was macht. Und mit Brille, immer mit Brille. Jetzt kann ich da reingucken und jetzt passiert soweit nichts. Ja, ich denke mal, vom Power habe ich auch genug. Ich drehe mal um hier. Sehr schön, ihr seht das. So lasse ich das mal laufen. Okay. 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 So meine Lieben. Das ist fertig. Ihr könnt das schon erkennen. Hol die gleich hoch. Ich möchte aber noch mal eben an den Ecken ein Herzchen machen. Ich will mal gucken, ob er das hinkriegt. Ob das nun passt. So, wenn wir jetzt einfach mal hier... Formen. Hier wird doch irgendwo ein Herz sollen. Ein Herz habe ich gesagt. Tier Festival muss... Da kommen Herzchen hin. Ist ziemlich groß. Wir machen mal eben so. Ach nee, der Willkommen muss ja weg. Das macht er ja sonst noch mal. Gottes Willen. So, stoppen. So, jetzt haben wir das da. Jetzt schieben wir das noch mal ein bisschen weg. Herzchen soll hier hin. Okay. Brille auf. Brille auf. Stoppen. Und los. Start. Komm mal was on. Und Action. Achso, ja. Ich muss da drauf drücken. Vollhorsten. An diesem Drehrad. Da dreht er einfach. Hey, das war so schnell. Das waren zwei Sekunden oder so. Hammer. Hammer. Okay. Jetzt machen wir andere Seite nochmal genauso. Ja, hier oben nochmal. Dann schieben wir das gerne rüber. So, jetzt kann es natürlich positionieren wie du willst. Machen wir das hier. Perfekt. Stopp. Wir arbeiten. Start. Guck mal wie schnell das geht. Ah ja, drücken. So. So. Wo bin ich denn hin? Nein. Wo bin ich denn hin? Ach so, okay. Krass. Krass, krass, krass. Okay, fertig. Ich. Ja. Nur so jetzt auf die Schnelle. Aber. Ihr könnt dann das Herzchen und so auch alles natürlich noch intensiver machen. Aber das große, das ist jetzt 40 Zentimeter ungefähr. Mega. Mega. Muss ich sagen. Ganz, ganz toll. Meine Lieben, das ist jetzt der XF1 Front X-Tool. Und ich muss sagen, der ist richtig, richtig geil. Ja, für Serienproduktion habt ihr natürlich auch diese ganzen Gedönsen dabei. Für die Ecken, dass man das draufschrauben kann und so alles. Die ganzen Klemmen und so alles. Habt ihr alles komplett dabei. Für, wenn ihr immer wieder Wiederholungsgenauigkeit braucht. Wiederholgenauigkeit. Dann habt ihr. Ups. Für die Ecken. Habt ihr so ein Teil. Dann schraubt ihr da drauf. Und der könnte immer wieder Serienproduktion machen. Da könnt ihr immer wieder dann selber reinpacken. Dann wird das hier abgeschraubt. Dann kommt das da drauf. Zack. Und dann könnt ihr das da drauf legen und immer wieder von vorne gemacht. Ich hab ja noch mal ein paar Sachen graviert. Das muss ich noch mal ganz kurz zeigen. Wie gesagt, das ist jetzt ja Edelstahl gewesen. Lotta von beiden Seiten und Leo. Dann hatte ich ja hier Leder gemacht. Mega. Eine Baumscheibe. Und einfach Lotta und Leo auf Schieferplatte. Und dieser F1 nicht. X1 von XTool. F1. Wie gesagt. Der nutzer zwei Leserkörper. Der macht Holz und Edelstahl. Der zwei Wellenlängen könnt ihr einstellen. Also am Software. Da zeige ich euch ja. Und äh. Super. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen. Ich hab ja den Laserpeaker auch schon gehabt. Und der Laserpeaker ist geil. Ist richtig geil. Aber hier. Muss ich sagen. Ist das alles ein bisschen einfacher. Ne. Auch das hier hoch und runter machen kann. Finde ich schon. Ist cooler. Muss ich sagen. Da brauchst du dich runterpacken. Ne. Und optional kannst du natürlich auch nur Abluft und sowas dazu kaufen. Und was ich genial finde. Und äh. Das habt ihr jetzt ja auch gesehen. Wie einfach. Und das ist. Da hab ich nicht irgendwas zueig geschnitten. Oder gar nicht. Das ist so einfach. Ihr könnt auch dieses auch runterladen. Dieses Programm auf XTool. Euch das mal angucken. Ne. Und das ist so einfach. Egal was du machst. Ich hab leider keine Rundkabu hier gehabt. Ne. Kannst natürlich auch machen. Dass ich das testen kann. Aber sowas hier. Wie gesagt. Du kannst natürlich auch mit den Daten spielen. Ne. Dass du noch mehr Power machst. Langsamer machst. Schneller machst. Je nachdem. Und äh. Auf dieser Schiebeschnitten. Ohne Probleme. Das zeigt dir gleich an. In welcher Position. Und das hatte ich leider bei den anderen nicht. Hier kannst du gar nichts falsch machen. Ist richtig schön beschrieben. Also. Einen riesengroßen Pluspunkt. Gefällt mir. Richtig. Richtig. Gut. Ist toll. Muss ich sagen. Auch. Ich würde hier gar kein Lightburn nehmen. Weil äh. Der ist. Da extra drauf. Zugeschnitten sozusagen. Und das funktioniert. Ich wüsste gar nicht. Warum ich jetzt hierfür. Lightburn nehmen sollte. Weil wie gesagt. Das Programm. Arbeitet damit. Hundertprozentig zusammen. Meine Lieben. Das war der XTool F1. Faserlaser. Und äh. Der auch Holz lasert. Und schneidet. Und so ne. Und muss ich sagen. Richtig. Richtig geil. Ach. Holz schneiden. Haben wir noch gar nicht gemacht. Das wollen wir noch mal testen. Hier haben wir auch Holz. Das. Das will ich jetzt noch mal testen. Legen wir da mal drauf. Dann Herz haben wir da ja drinnen. So. Machen wir noch ein bisschen größer. Rahmen fahren. Der fällt erstmal wieder seine Busschwungsposition. Und jetzt. Da. Seht ihr. Da würde er jetzt geschnitten werden. Seht ihr nicht. Weil ich zumal weg bin. Die Vollrochse. Aber jetzt. Da schneidet er das jetzt mal eben. Ich mach das mal eben so. Okay. Perfekt. Dann klicken wir hier mal eben auf. Dicke. Drei Millimeter. Auf dem Herz. Und dann gehen wir hier auf. Uh. Uh. Schneiden. Ne. Blaulich. Schneiden. 19% Geschwindigkeit. Drei. Wir lassen es einfach mal so. So. Mal gucken. Stopp. Bearbeiten. Achja genau. Entschuldigung. Ich muss natürlich jetzt eben. Einmal noch ein bisschen tiefer. So. Ich bin mal gespannt. Ich hab keine Ahnung. Mit wie viel Power der das jetzt macht. Okay. Jetzt fährt er mal wieder hin und zurück. Und jetzt schneidet er. Der Töne ist ja auch der Laserstrahl. Ach der Tisch bewegt sich hier auch. Alles klar. Klar. Der Schiebetisch ist ja aktiviert. Logisch. Können es natürlich jetzt auch ausmachen. So. Es ist ja fertig. Ich hab keine Ahnung. Es ist ja fertig. Aber der scheint durch zu sein. Ja. Perfekt. Also hat er jetzt so. Perfekt. Und dafür dass er keinen E-Assistent hat. Hat er kaum oder so gut wie gar keinen Schmauchspur. Ne. Beide Seiten nicht. Seht ihr das? Oh. Ist so geil. Also ihr seht im Hintergrund diesen bisschen Dunst. Also ihr braucht unbedingt würde ich empfehlen die Absaugerlage dafür. Das habe ich leider jetzt nicht hier. Die kann man dazu kaufen optional mit diesem Schlauch. Und äh. Dann saugt er das auf und gibt das gereinigt weiter. Dann merkst du da hast du die ganze Scheiße hier nicht. Ne. Diesen Dunst was ich jetzt habe. Jetzt muss ich erstmal Fenster aufmachen. Mach das nicht wie ich. Aber äh. Der schneidet. Ich bin begeistert. Also muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin von dieses Ding richtig toll begeistert. Hammer. Wenn ihr Fragen habt könnt ihr gerne Fragen in den Kommentaren schreiben. Und ich denke äh. Ich habe gesagt. Rotary habe ich leider nicht. Aber ich denke mal. Ich kann euch helfen wenn irgendwie welche Fragen kommen oder so. So meine Lieben. Ich sorge. In diesem Sinne. Ab in die Renne. Link ist unten in der Beschreibung wenn ihr da Bock drauf habt. XTool F1 ist wirklich empfehlenswert. Das Software alleine schon ist. Genial. Für das also. Sofort. Also ist genial. Ist genial. So tschüss. Boah.